Herzlich Willkommen zum Wortreich-Podcast. Ich bin der Jojo. Und ich bin Markus. Und gemeinsam sprechen, diskutieren und philosophieren wir über die christlichen Themen, die dich heute beschäftigen. Viel Freude beim Zuhören mit der heutigen Folge. So, da sind wir wieder, Markus. Markus, also heute Thema Buße. Es ist ein Wort, was ja einfach uralt klingt. Ich kann mich nicht daran erinnern, irgendwie vor meiner Zeit bei JFC immer so richtig was über Buße gehört zu haben. Vielleicht beim Buß- und B-Tag. Stimmt, da ist er drin, ja. Da ist auch, glaube ich, in der Schule immer dann freien Tag und man wusste gar nicht so, wofür. Ist mittlerweile auch schon abgeschafft. Schade. Keine Buße mehr notwendig in Deutschland. Keine Buße mehr. Ja, aber was ist das eigentlich? Also es ist ein Thema, wo wir ja heute mal ein bisschen drüber reden wollen. Genau, was würdest du sagen? So, wenn dich jetzt jemand fragt, der kein Christ ist, was bedeutet Buße? Total schwierig. Aber ich habe noch gedacht, wo man das Wort noch drin hat, ist dieses, wenn jemand seine Strafe verbüßt. Ja, also in dem Verb verbüßen müssen, ist es noch drin. Und da ist es ja eben, ich muss für meine Schuld, die ich getan habe, für mein Verbrechen oder irgendwas, etwas bezahlen oder ich muss es quasi absitzen. Also eine Art von Wiedergutmachung. Im besten Fall, wenn man sagt, der hat seine Straße verbüßt, dann nimmt man ihn noch wieder an. Also dann ist es auch gut. Dann ist es gesühnt, ist natürlich auch ein schwieriges Wort, aber dann ist es eben vorüber. Und dann ist es wieder gut. Und insoweit kann ich mir ja auch, Buße eben so, würde ich es erklären, dass Buße einfach notwendig ist, um ein Übel, um irgendetwas, was man selber verursacht hat, in Sand gesetzt hat. Ja, vom christlichen Sinne eben unsere Sünde, die muss wieder gut gemacht werden. Und um dahin zu kommen, muss Buße notwendig sein. Ich glaube, ein großes Problem ist, dass ganz häufig in der christlichen Welt das Thema abgekürzt ist, weil wir sagen, dafür ist Jesus gestorben am Kreuz. Er hat die Schuld auf sich genommen. Es ist vollbracht. So. Es stimmt natürlich absolut. Und deswegen denken wir, dass Buße nicht mehr notwendig ist und überspringen es aufgrund der Wiedergutmachung, die Gott schon getan hat. Und da glaube ich, sind wir einen Schritt zu schnell. Ich glaube, dass es diesen, diesen Schritt vorher in uns geben muss. Ja. Also so können wir gleich noch gucken. Aber das würde ich erst mal als erstes sagen, warum Buße noch notwendig ist bei dir und mir. Ja. Ich finde es gut, was du gesagt hast. Also so dieses, oft wenn ja vom Evangelium geredet wird, dann ist es halt genau, Jesus ist für dich gestorben und dir sind deine Sünden vergeben. Schön. Ende. So. Was machst du jetzt damit? So. Ja. Da wird noch gesagt, ja, das Geschenk kannst du jetzt annehmen oder nicht annehmen. Ja. Aber das ist eigentlich. Ja, genau. Nehmen wir das auch noch. Aber die Bibel redet davon, dass also die Bibel hat einen ganz hohen Stellenwert auf Buße. Mir fiel da direkt ein, als ich darüber nachgedacht habe, wie fängt denn überhaupt die Verkündigung von Jesus an, wie sie in den Evangelien dargestellt wird. Tut Buße, denn das Himmelreich ist nah. Ja. Das war seine Predigt, seine erste Botschaft. Ja. Ganz genau. Und ich glaube auch nicht, dass Jesus nur diesen Satz gesagt hat und fertig. Tut Buße und dann geht er wieder weiter. Aber das war einfach auf den Kern zusammengefasst, das, worum es Jesus ging. Ja. Und mit Lukas haben wir das zum Beispiel auch. Überall wird das Evangelium verkündet werden. Und da lesen wir auch wieder von Buße. Ja. Also ist es, so stand es geschrieben und so muss das geschehen, dass der Sohn des Menschen oder Christus am dritten Tage aufersteht, leiden muss, dann aufersteht, so herum. Und es soll verkündet werden, Buße. Ja. Ich glaube trotzdem, dass Buße damit immer noch schwierig ist für manche, sich was darunter vorzustellen. Ja. Klar. Und da freue ich mich immer, dass gerade im Alten Testament einfach Geschichten da sind, wo solche Themen, die vielleicht manchmal im Neuen Testament kurz mit einem Satz, mit einem Wort beschrieben werden, darauf zurückgreifen. Und ich denke bei Buße immer an König David, weil der für mich, ja, ein toller Mann, aber auch ein krasser Sünder gewesen ist. Und an seiner Lebensgeschichte sehen wir, wie das aussehen kann. Ich glaube, viele von euch wissen das auch und du sicherlich auch, was David Tolles erlebt hat mit Gott. Der war so ein Mann nach dem Herzen Gottes, aber er hat auch richtig viel Bockmist gebaut. Und da gibt es eben diesen Moment, wo er nicht nur Ehebruch mit der Batseba begangen hat, sondern wo er dann auch noch ihren Mann hat umbringen lassen. Und Gott schickt eben den Nathan als Propheten, um ihn zu konfrontieren mit seiner Sünde. Und er gibt ihm dieses Beispiel von dem reichen Mann, der dem armen Mann, der nur ein Schaf hatte, auch noch dieses Schaf wegnimmt und es schlachtet und es seinem Gast vorsetzt. Und der Reiche hätte 10.000 in seiner Herde gehabt und das war nur das einzige Schaf des armen Mannes. Und Nathan und David sagt als erstes, dieser Mann muss sterben, der ist total aufgebracht. Und Nathan sagt ihm ganz klar, du bist der Mann. Warum musstest du Uriah seine Frau wegnehmen und ihn dann auch noch umbringen? Du bist der Mann. Und dann stelle ich mir so vor, wie David innerlich letztlich zusammensackt. Und ich denke fast, er ist es wie, als wenn er sich selber diesen Tiefschlag versetzt. Er schlägt sich so in den Bauch und sagt, nein, ich bin es wirklich gewesen. Und wir lesen später auch noch in der Bibel, also dass das Tage dauerte an Trauer. Und er hat ja auch Psalm geschrieben, in denen er versucht hat, dieses Gefühl, letztlich das, er ist, da ist ein Grauen darüber, was er getan hat. Und die, und er beschreibt es selbst drin. Also seine Sünde frisst ihn innerlich auf. Und das finde ich unheimlich bildhaft, mir vorzustellen, so ist Sünde. Es gibt einfach mehrere Schritte, nicht so Sünde, so ist Buße. Es gibt mehrere Schritte bei Buße. Und der erste ist tatsächlich dieses Erkenntnis über die eigene Schuld. Also was habe ich wirklich getan? Das muss für mich am Anfang stehen bei Buße. Was habe ich wirklich getan? Was ist es? Und eben, wenn ich einfach nur sage, Gott ist dafür gestorben, dann will ich gar nicht so sehr hingucken, was ich getan habe. Aber mir auch nicht nur klar mache, was habe ich gemacht, sondern auch was für Folgen hat das möglicherweise für jemand anderen. Wo habe ich jemand anderen noch wehgetan? Wo habe ich Gott wehgetan damit? Und wie schwer wiegt das eigentlich, was ich getan habe? Ich finde, da fängt es an. Das ist einfach ganz wichtig für Buße, glaube ich. Ja, absolut. Also so eine Selbsterkenntnis. Eine eine wirklich tiefe, tiefe und krasse Selbsterkenntnis. Das ist spannend, auf jeden Fall. Ich habe gerade noch mal darüber nachgedacht, so wie, ich glaube, Buße wird ja auch im Neuen Testament, also die Worte von Jesus, in manchen Übersetzungen heißt das, tut Buße, denn es himmelreich ist nein. In anderen heißt es, kehrt um. Genau. Und finde ich eigentlich eine ganz gute Umschreibung. Es ist eine Umkehr von einem falschen Weg, auf dem man ist und es wirklich ein bewusstes Wiederhinwenden zu Gott. Und was braucht es dafür? Es braucht die Erkenntnis. Es braucht den Punkt, den Moment, wo du selbst siehst, ich bin es, der auf dem falschen Weg ist. Genau. Das ist, das würde ich auch sagen, ist genau dann der zweite Punkt. Also die Umkehr dann davon. 180 Grad sich davon abzuwenden, zu sagen, was ich da gemacht habe, führt letztlich ins Verderben. Wenn ich so weiterlebe mein Leben, führt es ins Verderben. Ich habe mich von Gott abgewandt. Wie konnte es überhaupt dahin kommen, dass ich das gemacht habe, dass ich andere enttäuscht habe, mich enttäuscht habe, Gott enttäuscht habe. Und es ist einfach wichtig, dass da in dem Moment innegehalten wird und auch hingeguckt ist, damit du weißt, wovon willst du dich denn abwenden, ist es immer schön zu sagen, ja, ich habe jetzt einen neuen Weg eingeschlagen. Aber wenn du nicht weißt, wo du herkommst, weißt du dann nicht, ob du nachher wieder in die gleiche Richtung zurückläufst. Und es sollte auch nicht irgendein Weg sein, der nur etwas leicht daneben ist. Also dieses 180 Grad Wende macht wirklich Sinn. Ja, man kann sich das vorstellen. Wir wollen ja letztlich in genau die andere Richtung gehen. Wenn wir uns abgewandt haben und Sünde begangen haben, müssen wir uns davon abdrehen, der Sünde den Rücken wenden und in die andere Richtung laufen. Das glaube ich wirklich genau, wie du gesagt hast, Umkehr hin zu Jesus ist notwendig. Und wir müssen erkennen, wo sind wir denn vom Weg abgekommen. Ja, und dann halt nicht, ich glaube, da ist halt eben dann auch wichtig, so in dieser Selbsterkenntnis, nicht dieses Pauschale, du hast gesündigt. Also, weißt du, so, ja, Jesus ist für dich gestorben und ja, ich habe gesündigt. Und jetzt nehme ich das. Ja, aber wo hast du gesündigt? Genau. Also wo hast du ganz konkret gesündigt? Die Botschaft von Kehre um, Tu Buse von Jesus, die hatte auch vorher schon Johannes der Täufer. Und da heißt es, dass die Leute ihre Sünden öffentlich bekannten, als sie getauft wurden. Also die haben öffentlich gesagt, hier an der Sache habe ich gesündigt. Das sind die großen Knackpunkte in meinem Leben gewesen. Krass. Kannst du dir das vorstellen? Öffentlich? Also ich meine, unangenehm. Unangenehm. Ja, stell dir mal vor. In der Gemeinde so vor deiner Taufe musst du halt erst mal öffentlich sagen, worüber du Buße tust. Aber also es ist schon, ich kenne über zwei Ecken Bekannte, die in einer Gemeinschaft gelebt haben, wo sie das so praktiziert haben. Ja, also in so einer Wohn- und Lebensgemeinschaft, dass sie sich auch öffentlich ihre Sünden bekannt haben. Also es wäre für mich nicht unbedingt etwas, weil es ist ganz schön extrem, finde ich. Aber es hat auf jeden Fall dazu geführt, dass ja, dass die Leute tatsächlich, ich glaube auch, es sie bewahrt hat, vielleicht manche Sünden zu begehen, weil ihnen klar wurde, okay, wenn du diese Sünde begehst, du wirst sie auch bekennen müssen. Und ich denke, manchmal machen wir uns nicht klar, welche Folgen hat eben Sünde für uns und wir tun sie zu leichtfertig, weil wir eben kein gutes und tiefes Bewusstsein mehr über Buße haben. Und das ist das, was wir eben schon gesagt haben. Also du musst tatsächlich hinblicken, wie tief geht eigentlich hier meine Sünde, dieses Verhalten? Wo sind davon andere verletzt worden? Wo geht es auch tatsächlich gegen Gottes Gebot? Das ist vielleicht nicht nur das eine, sondern wir merken, oh krass, mit dem, was ich hier gerade gemacht habe, habe ich letztlich auch Gott von der ersten Position in meinem Leben gestoßen und bin vielleicht etwas anderem nachgerannt. Ja, wenn ich neidisch bin, ist es vielleicht sogar auch dann die Liebe zu irgendeinem Geld oder irgendwas, was der andere hatte gewesen. Also ich muss tatsächlich anfangen hinzugucken, wie tief geht es? Dann kann ich nur wirklich Buße darüber tun und mich auch davon abwenden. Sonst komme ich auch wieder in die gleichen Schablonen zurück und mache das Gleiche halt nochmal. Ja, absolut. Da wird es glaube ich dann beim Thema Buße ein bisschen schwierig. Ich habe jetzt letztens einen Podcast gehört von John Piper, wo er unter anderem auch über Buße geredet hat. Und er hat mir dann nochmal so einen Gedankenanstoß gegeben, den ich glaube ich ganz gern hier mitgeben würde. Und zwar, wie wir über Buße reden oder auch in der Gemeinde, wo das Wort etabliert ist, darüber reden. Die Bibel redet eher nicht so über Buße, sondern die Bibel redet da von Bekennen. Und er sagt in seinem Podcast, dass Buße vor allem so dieses einmalige Umkehren ist zu Jesus hin. Dieses Abkehren vom alten Leben, Hinkehren in das Leben mit Jesus hinein. Aber ja, ich denke nicht, dass es falsch ist, wenn wir jetzt Buße sagen unbedingt, ja, letztendlich klar. Es ist auch, was auch Johannes dann in seinem Brief meint, wir sollen unsere Sünden bekennen, immer wieder das hinlegen. Und ja, das ist nicht schön. Das ist nicht angenehm. Und es ist auch so, ich denke auch für jemanden, der schon länger mit Jesus lebt, ein reiferer Christ, der wird, je mehr er auf Jesus zugeht, ein tieferes Verständnis dafür durch den Heiligen Geist bekommen, wo noch Dinge in seinem Leben nicht in Ordnung sind. Und es kann schon sein, dass du auch nach Jahren mit Jesus Dinge zum ersten Mal ihm bekennen musst. Und dann kann man doch tatsächlich darüber sagen, darüber Buße tun. Ja, zum ersten Mal musst du merken, hey, in meinem ganzen Streben habe ich letztlich zum Beispiel einfach mich selbst gut fühlen wollen da drin. Ja, oder ich habe etwas getan für ein nicht besonders gutes Motiv, das überhaupt nicht biblisch ist, sondern weil es sich einfach gut angefühlt hat oder weil ich damit mich selbst erhöhen konnte oder absetzen konnte von den anderen. Und ich denke, da passt doch schon auch das Wort, dass es eben etwas ist, worüber du wirklich Buße tun musst und dann eben eine 180-Grad-Wende einzulegen und einen anderen Weg einzuschlagen in Zukunft. Ja, genau. Was mich da irgendwie noch mehr so interessiert, ist der Punkt, warum ist das so? Also warum wollen wir als Menschen, also irgendwie wollen das ja nicht einsehen. Wir wollen gerne diesem Punkt ausweichen. Wir wollen der Buße oder dem Bekennen ausweichen. Ja. Warum? Das ist total schwierig. Ich versuche mir gerade vorzustellen, ob es das Gleiche ist, wenn wir eben uns mit jemandem gestritten haben oder wenn wir einem Unrecht einem anderen verübt haben, ob es tatsächlich so ist, dass es geht, dass man dann einfach sagt, ach komm, ja, das war nicht gut. Wir gehen jetzt voran, ja, also lass es uns begraben, so nach dem Motto. Und es mag sein, dass jemand anderes sagt, okay, das ist vielleicht der leichtere Weg, aber letztlich ist es damit nicht ausgelöscht. Es ist nicht behoben. Also es steht immer noch was zwischen Leuten. Erst wenn etwas tatsächlich durchgesprochen ist und auch angesprochen wurde, also ich merke das einfach bei Entschuldigungen. Du kannst sagen, okay, sorry und weitermachen. Aber wenn ich dir tatsächlich sage, Jojo, das tut mir echt leid, mit den und den Worten, glaube ich, habe ich dich wirklich verletzt. Kannst du mir das verzeihen? Dann ist es was anderes, weil ich tatsächlich nochmal ausgesprochen habe, was ich dem anderen angetan habe. Und er hat nochmal die Chance zu sehen, war es wirklich das? Oder tatsächlich, ja, das stimmt. Vielleicht sagst du ja auch, ja, das stimmt. Und sogar noch oben drauf, das und das habe ich auch noch verletzt. Oder zu sagen, das war es eigentlich nicht. Ehrlich gesagt, was mich mehr verletzt hat, ist, keine Ahnung, dass du es auch noch vor zwei anderen erzählt hast oder sowas. Ja, also es kommt erst dadurch eine wirkliche Wahrheit ins Spiel, wenn man es nochmal anspricht, wenn man es mit dem anderen durchgesprochen hat. Oder indem man einfach in seiner Entschuldigung sagt, das und das war es tatsächlich. In dem Moment ist man dann auch, finde ich, in diese Wahrheit gegangen. Es ist Licht drauf geschienen. Und dann kannst du eben auch hören, wie reagiert der andere drauf, zu sagen, okay, das verzeihe ich dir. Und so habe ich es erlebt. Dann ist es tatsächlich gelöster. Und ich kann es auch selber dann innerlich akzeptieren und loslassen. Es gab schon welche, da hatte ich mir gewünscht, ich komme einfach mit einem Sorry davon. Und es hat mich aber wieder eingeholt oder nicht losgelassen. Und ich merkte, okay, ich muss, glaube ich, doch nochmal ehrlicher und tiefer Entschuldigung aussprechen. In dem Moment, wo es dann ausgesprochen wurde, war es tatsächlich so, weil man nochmal sich realisiert hat, was es denn war. Und das ist natürlich unbequem. Ich glaube, ganz viel spielt Scham eine Rolle. Wir wollen das einfach nicht, weil wir uns schämen. In dem Moment fühlen wir uns wieder schlecht. Und dahinter steckt natürlich auch Stolz. Also wir wollen nicht derjenige sein, der sich für etwas entschuldigen muss. Und das ist eigentlich unlogisch, denn wir müssen uns für etwas entschuldigen. Wir wollen ja die Schuld loswerden. Wenn wir uns nicht entschuldigen müssen, denken wir, wir hätten wiederum keine Schuld. Also die Täuschung, der ist dort Tür und Tor geöffnet, wenn wir das nicht tun. Aber klar, also Scham und dahinter der Stolz, der steht, der hält uns einfach davor ab. Ja, wo wir wieder beim Fleischwitz sind. Also so, was immer wieder weglenken möchte. Genau. Ich denke, also zwei Begriffe, die mir da noch kommen, ist Lüge und Wahrheit. Also eine Person, die wir beide gut kennen, sagt immer ganz gern und hat auch damit recht, so Jesus heilt in der Wahrheit. Ja, Jesus heilt nicht in der Lüge. Wenn wir bei David sind, da heilt Jesus nicht, was in David verkehrt ist. Warum? Weil David das überhaupt nicht einsieht. Ja, er tut keine Buße. Er verharrt so in seinem Stolz, ist da festgefahren und bleibt da. Und es braucht diesen Moment, wo David in die Wahrheit hineingeht. Ja, wo er über sich selbst erstmal akzeptieren muss, Nummer eins, ich bin Ehebrecher. Nummer zwei, ich bin Mörder. Ja. Und das wollen wir nicht sehen. Wir wollen die Realität über uns nicht sehen. Jesus sagt aber, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Also in der Wahrheit, da müssen wir ins Licht treten. Das ist auch so ein schönes Bild, so Licht. Licht ist ja an sich was Gutes. In der Wohnung, in unserer Lebenswohnung, wenn da Licht ist, ist es schön, ist hell. Aber es offenbart auch den ganzen Dreck, der noch in der Ecke ist. Da ist ein Spinnwebe in deinem Zimmer. Genau, also wir wollen vielleicht nicht überall Licht haben und das wird dann alles aufgedeckt. Ja. Und David musste da auch diesen Schritt ins Licht tun, in die Wahrheit hineintun, die Wahrheit über sich akzeptieren. Ja. Ganz praktisch so, ich erinnere mich an Gebete, wo ich vor Gott da war und einfach nur Gott gebeten hatte, Herr, zeig mir auf, wo ich Sünde habe. Und dann zeigte er mir Dinge auf. Und im ersten Moment fange ich an, das zu entschuldigen. Und fange an zu sagen, nee, nee, das ist ja, genau. Da habe ich so und so gehandelt, weil die Person mir da blöd kam oder, ja, komm, das war jetzt nur eine Kleinigkeit oder was weiß ich. Und du fängst an, dich so rauszuwinden. Nee. Bei Jesus musst du in die Wahrheit hineingehen und dort wirst du diese Selbsterkenntnis haben und da musst du auch umkehren. Ja. Ja, ich glaube auch. Also das, das haben wir auf jeden Fall schon so, glaube ich, beide erlebt. Also dieses Erkenntnis der eigenen Schuld muss einfach erstmal tiefer eintreten und es tut weh und es ist unangenehm, da von Gott auch tiefer geführt zu werden. Aber nur dann weißt du auch, wovon du dich halt bekehren musst oder umkehren musst. Aber was mir noch einfiel, was vielleicht auch Mut gibt, tatsächlich Buße zu tun, ist das, glaube ich, mit einer tieferen Buße, die Dankbarkeit auch steigt. Also wir bekommen ein schöneres und größeres Bild letztlich von dem, was Jesus wirklich für uns getan hat. Dann ist es nicht mehr so, dass wir sagen, ah, schön, ja, dafür ist Gott auch gestorben, wunderbar. So. Und die Bibel sagt selbst dieses Beispiel, ähm, wem viel vergeben ist, also der ist auch viel, viel dankbarer, ja. Jesus selbst fragt die Jünger, das in diesem Gleichnis, was glaubt ihr, wem, wer ist dankbarer, der, der jetzt seine Schulden von 100 Euro erlassen bekommen hat oder der, dem die Millionen erlassen wurde. Und klar, sagen sie, natürlich wird der dankbarer sein, dem viel erlassen wurde. Und da, glaube ich, müssen wir einfach, ähm, auch begreifen, welcher Segen da drauf liegen kann, wenn wir merken, wir haben tatsächlich über etwas Buße getan und unsere Schuld ging tief. Ja. Ja, also wir haben ja sogar die, ähm, das, das Wissen darum, dass uns letztlich gar nichts mehr passieren kann. Also es ist ja nicht so, dass Gott sagt, oh nee, das ist jetzt aber wirklich zu viel. Das musst du doch nochmal selber ausbaden, ja. Also wenn wir tatsächlich ein klares Bild vom Kreuz haben, dann wissen wir, bezahlen werden wir dafür nicht müssen. Ähm, insoweit ist es tatsächlich wirklich nur unsere Scham, das fühlen zu müssen, da hingucken zu wollen. Aber wenn wir das tun, können wir dafür letztlich belohnt werden mit der größeren Freude, die wir haben und erleben werden, wenn wir wissen, oh krass, selbst dafür ist Jesus gestorben. Selbst das hat er uns vergeben. Und dann steigt meine Dankbarkeit ihm gegenüber, weil mir viel vergeben wurde. Mir wurde viel erlassen. Und das, finde ich, ist das Schöne daran. Und wir vergeben uns letztlich etwas, wenn wir das abkürzen wollen und sagen, okay, es war nicht so toll, was ich gemacht habe, ja. Also diese Floskel kommen uns sehr leicht von den Lippen. Ja, genau. Und ja, okay, Schwamm drüber. Ja. Also absolut. Und vielleicht jetzt, also wir haben jetzt so ein bisschen drüber geredet, so was, wie kommt das dahin, Buße zu tun? Und wie sieht Buße aus? Ein bisschen haben wir es schon angerissen, aber wie wirkt sich Buße aus? Ja, also woran erkenne ich, ob ich wirklich Buße getan habe? Woran erkenne ich, dass ich ein Lippenbekenntnis gegeben habe? Oder ob ich wirklich auch umgekehrt bin? Hast du ein Beispiel so aus deinem Leben? Und da fällt, genau, aus dem Leben, oh, das weiß ich nicht. Schon einige. Ob ich jetzt Konkretes habe, werden wir gleich sehen. Ja, was du in Gedanken hast. Also auf jeden Fall kommt mir direkt Johannes der Täufer in den Sinn. Da wollen die Pharisäer zu Johannes gehen und sich taufen lassen. Und er sagt, sagt, also nachdem er sie beleidigt hat, sagt er, bringt erst Früchte, die der Buße würdig sind. Und da merken wir, also es gibt Früchte der Buße. Also es gibt Gewächse, die herauskommen aus der Wurzel der Buße, aus dem Baum der Buße. Und das finde ich ein gutes Bild. Allgemein immer so Baumwurzel, Frucht. Weil es zeigt einfach, da muss etwas in unserem Herzen erst geschehen sein. Und das wird sich dann aber auch sichtbar in den Früchten auswirken. Das wird sich sichtbar in unserem Leben auswirken. Und da werden wir dann merken, ja, okay, also da habe ich wirklich falsch gehandelt. Ist es vielleicht ein bisschen schwer vorstellbar für manche? Was werden das denn so für Früchte der Buße? Ja, es ist wirklich, da hast du recht. Also einfach nur, um zu sagen, es praktisch werden zu machen. Wie würde das aussehen? Ja, also ein Punkt, der mir jetzt so spontan einfällt, ist in Bezug auf Stolz. Man hält irgendwie an einer Sache sehr, sehr stark fest. Ja. Ich hatte das so in meiner ersten Zeit. Ich habe nicht gern gepredigt oder habe mich nicht getraut, vor Leuten zu reden. Und das hat sich dann entwickelt. Und dann habe ich sogar ziemlich schnell gemerkt, oh, ich habe sogar eine Gabe da drin. Und dann hat es mir Freude gemacht. Leute fanden das toll. Und da ist ein Punkt, wenn dann jemand zu dir kommt und sagt, darf ich mal Feedback geben zu deiner Predigt oder so. Da habe ich ganz schnell gemerkt, das will ich gar nicht sehen. Also ich will jetzt nicht die Fehler meiner Predigt sehen. Ich will nicht, an sich finde ich das sowieso ein kritisches Thema, eine Predigt zu beurteilen. Aber es geht ja jetzt hier erstmal um mich. Und ich habe gemerkt, wie ich stolz reagiert habe, wie ich das nicht sehen wollte. Und wenn du das dann vor Gott bekennst, wenn du sagst, Gott, tut mir leid, dass ich mich hier nicht verletzlich gemacht habe. Wenn du da umkehrst und anfängst wirklich so ein Leben zu leben, was demütig ist, wirklich demütig. Ja, da war eine Frucht vor allem dann Freiheit. Ja. Also das zum Beispiel. Eins fällt mir auch noch gerade ein. Wir haben auch noch in der Bibel diese Geschichte von Zacchaeus, dem Zolleinnehmer. Und bei ihm ist es ja so, dass er, nachdem Jesus bei ihm war, denn Jesus hat gesagt, ich will bei dir heute zu Gast sein, hat er ja das, was er eingenommen hat, auch was er zu viel eingenommen hat, doppelt und dreifach letztlich zurückgegeben. Ja. Und diese Wiedergutmachung, also Reparationen, ja, etwas reparieren zu wollen, ist, glaube ich, auch so eine Frucht der Buße, wo man tatsächlich sieht, es ist nicht nur, das es jemandem unendlich leid tut. Das kann man, man kann nicht immer das wieder heilen machen, aber in so einem Fall konnte man es, auch wenn man jemandem was kaputt gemacht hat, kann man es auch wieder noch zusätzlich ersetzen. Mag sein, dass der andere es nicht will, aber in diesem Fall bei dem Zacchaeus kam es ganz natürlich aus dem Herzen. Er wollte den Menschen das wieder zurückzahlen. Jesus hat das gar nicht direkt von ihm jetzt vorgeschrieben, aber das kam einfach aus der Freiheit heraus, so wie du eben sagtest, das ist eine Frucht dieser Buße. Bei ihm war es eben tatsächlich dann auch der Wunsch, es wieder gut zu machen. Und ich glaube, das wäre auch so eine Frucht, die aus der Buße kommt. Und auch das hat ihm wahrscheinlich sogar Freude bereitet, etwas wieder Menschen zurückgeben zu können. Ja. Also vielleicht sind die Früchte der Buße auch direkt gleichzusetzen mit den Früchten des Geistes. Also ja, dass dann diese übersprudene Freude aus Zacchaeus herauskommt. Ja. Manchmal denke ich es ja auch eine Frucht, dass man bereit ist, nochmal ein bisschen tiefer zu gehen. Also wenn ich Buße über etwas getan habe, es wirklich anerkannt habe, was ich da gemacht habe und es Gott auch gesagt habe, dann bin ich letztlich bereit für den nächsten Schritt. Ist natürlich schlimm, manchmal ist das der nächste Schritt in die Tiefe und ich darf die da drunter liegende Ebene sehen, aber manchmal ist es auch tatsächlich, dass dann etwas Altes, Kaputtes abgebaut ist und es Heilung eintreten kann darüber auch. Denn bei allem, was ich so vielleicht erlebt habe, wo ich auch denke, andere haben mich vielleicht verletzt, es gibt ganz häufig, nicht immer, aber ganz häufig auch diese Komponente des eigenen Anteils an etwas. Und wenn darüber Buße getan ist, dann kann zum Beispiel auch Heilung passieren über das, was mir im gleichen Moment dann vielleicht von jemand anderem zugefügt wurde. Und insoweit auch da, glaube ich, ist es dann einfach die Grundlage, dass etwas Neues wieder entstehen kann. Ja. Ja, absolut. Also das eine kann sein, jemand tut dir was Falsches, aber die Frage ist halt, wie reagierst du drauf? Das auch, ja. Ja. Also, okay. Das heißt, wir halten fest, Buße ist eine echte Umkehr, kein Lippenbekenntnis. Ja. Das ist die Hauptbotschaft von Jesus gewesen am Anfang seines Dienstes. Aber wir hören in Apostelgeschichte 2. Und ja, dann geht es weiter mit der Selbsterkenntnis. Also, beziehungsweise davor, vorher klar. Genau, einfach die Selbsterkenntnis muss da sein, um überhaupt zu wissen, wovon will ich denn hier jetzt umkehren? Ganz genau, ja. Und das ist, was sehr persönlich ist, erst mal das vor Gott und vor dem eigenen Herzen zuzulassen, zu erkennen, was habe ich gemacht? Ja. Und dann darüber tatsächlich Leid und Schmerz zu empfinden und Gott zu bitten, einem das zu vergeben. Ja. Absolut. Man braucht danach dann, also das, denke ich, ist als erstes dran. Und dann kann es sein, dass Gott dich in der Folge dazu ruft, auch den anderen, dem du vielleicht etwas getan hast, nochmal um Verzeihung zu bitten, ja. Ja. Und das kann als Folge, wenn wir dann jetzt eben auch über die Folgen von Buße gesprochen, bewirken, dass vielleicht auch Beziehungen wiederhergestellt werden, die vielleicht kaputt gegangen sind. Ja. Und auch andere Dinge, die echte Buße mit sich bringt. Du hast Freiheit, in deinem eigenen Leben weiterzugehen. Auf Dinge kann neu aufgebaut werden, weil du eben etwas Altes, Kaputtes tatsächlich, ja, mit Gottes Hilfe beseitigen konntest. Und die Folge freutest du dich, heute kann eintreten, ja. Also, ich glaube, wir merken am Ende, dass eigentlich nicht ein Randthema ist, ein ganz wichtiges, zentrales Thema, eng mit Vergebung verknüpft. Ja. Und es ist auch ein wiederkehrendes Ding, das ist ein Buße Bekenntnis, das sind Dinge, die müssen wir als Christen, ja, ich würde vielleicht sagen, oder täglich, täglich machen. Ja. Jesus betet, vergib uns unsere Schuld, ja, das ist ja auch schon ein Ausdruck von Buße, dieses Gebet zu beten. Genau, im Vaterunser ist es eine Zeile, ja. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Ja. Ja, das stimmt. Und ich denke auch, dass es etwas mit sich bringt, was in der heutigen Zeit, glaube ich, auch viel verloren gegangen ist, einfach diese besondere Bedeutung vom Kreuz zu bekommen wieder, was wirklich Jesus getan hat. Ja. So war ja auch unser Einstieg, dass wir sagten, ganz häufig fragen sich Leute, ja, was ist Buße noch? Und gleichzeitig wissen sie nicht, ah ja, okay, Jesus hat das und das für mich getan, aber sie sagen es ohne große Emotionen und ohne große Bedeutung. Ja. Diese Bedeutung von dem, was Jesus tatsächlich für einen getan hat und wie besonders das war. Ja, also dieser Wert des Kreuzes nimmt, denke ich, in dem Maße ab, wie ich auch nicht Buße tue und umgekehrt, wenn ich Buße tue, steigt der Wert von dem, was Jesus tatsächlich für mich getan hat und wenn der Wert von Jesus steigt in meinem Leben, dann steigt auch letztlich meine Liebe zu ihm, auch Dankbarkeit steigt. Ja. Also, unheimlich relevant. Ich glaube, du kannst eben als Christ durchs Leben gehen, ohne viel Buße zu tun, aber es ist ein ziemlich armseliges Leben und ein ziemlich freudloses Leben. Oberflächliches. Oberflächliches Leben und es kann halt auch sehr wenig Segen dann daraus ersteigen. Ganz genau. Ja, ich glaube, das trifft es gut auf den Punkt und ja, spannendes Thema. More Buße is needed, ja. Amen. Das war Wortreich und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden. Mehr zu uns und weitere Inhalte findest du auf der Website in der Beschreibung. Dort kannst du uns auch Themen und Fragen schreiben, die wir vielleicht schon in der nächsten Folge aufgreifen werden. Klick einfach auf den Link in der Beschreibung. Ich bin ja in der Beschreibung. Untertitelung des ZDF, 2020